Ich dachte, es wäre jetzt einfach nur ein Raum. Ja, Raum natürlich, ne? Superkiller. Ja, null. Willst du mich auf den ersten sehen, musst du die Tabelle drehen. Ja, ist stimmt. Aber man macht einfach Nahkämpfer. Naja. Ihr Noobs. Und ich werde auch schön weiterbleiben. Meins? Meins. Weg. Ich habe mich einmal geheilt. Ja, ja, ist gut. Wer hätte noch kein Midi-Pack. Okay. Sache geklärt. Ich nehme noch eins. Macht das. Habe ich nämlich eben auch gemacht. Warte. Wow. Ja, ist das schon wieder da oben am Cheaten? Hier steht natürlich wieder alles voll. Macht einfach so. Ja, macht doch einfach so. Ich habe immer das gewartet, deswegen. Nervt mich. Boah, ohne Witz. Boah, ey. Echt ohne Witz. Dankzurechen. Durch welchen Tunnel. Da, wo die Zombies, warte mal. Verlust dir noch was? Weil ich nicht. Nein. Okay, wir gehen da, wo der Zombie da rauskam. heute ist aber dein tag ja irgendwie das ist nicht dein ernst also wir sind schon mal richtig dann zu knicken du weißt genau das ist meine zombies sind meine zum wies vogel ich hab dir auch gekült meine das hat immer nichts gutes zu bedeuten leute egal weißt du ja die ich glaube da kommen gleich zum ihm was er bleibt du links ich gehe rechts nachgeladen ach so bei der letzten bei letzten aufnahme mit dem cut dazwischen wo wir ausgefallen sind das war deine schuld habe ich nämlich nachgeguckt ja wieso meine er weil du als erstes rausgeflogen bist weil hier war noch immer weg ich hatte mich noch gekriegt die blöde hexe weil sie nicht ich hatte habe ich das doch richtig ja jetzt wo mich das schon drauf gefördert habe billy boy kann sich auch malen oder macht der opa der hält mich einmal der mag mich wohl nein nein doch oder was meinst du ich hab da keinen bock drauf wir müssen und wir haben die kommen aus jedem ding raus ich komme aus jedem loch nimm du die ruhig ich brauche ich mache ich stelle mich hier weißt warum die brücke geht ja glaube ich hier und dann ja dann stellen wir uns hier in ecke ja auch noch mal so ich weiß was ich für eine waffe hab ja wieso nicht ach guck mal kommen die nur von da unten schein hast du noch so ein ding wirft auch hin wirft vermitte ich hinwerfen sobald dinge ist unten laufen weiß ich nicht da ist irgendwas drinnen ok da kommen noch welche das ist ja gut ne war meinst du nicht mehr gebrochen hier ist ja gar nichts drin hinter euch ach wir müssen rücker um dann lass weiter haha nö ich stand ja hinter dem gitter also konnte mir nix machen da zombies immer zombies sind ja hier sind ja auch okay dann kommt schon ist gleich tot ja ich weiß ich merke danke dass du mir das und von echo stehe halte dich immer der dame folgen nicht wirklich hier kann man ja ich wäre auch fast in dem raum gewesen und tag hier ist eine treppe nach oben aber er war für endlich aber auch schon eine bessere waffe ja du hast wieder diese komische weifel ich gehe nicht hoch ladies first man before ich komme hoch und dann meine hand ab hat mich voll erwischt warte mal warte mal das mal hier haben wir hier in der tür keine ahnung ich komm oder ich erscheine da stand lag noch molotov an der tür also nicht doch doch da war noch molotov aber wir sind fast raus ne also fast da nein kein tank kauer abhängen boah ich habe hier überall nur zombies hier wollte eigentlich den tank von hinten schnitzeln nein kommt das was zombies ich habe lösen rücken ich muss mich mal heilen man kann ja nicht zielen genau da war ja was alles ungewohnt alles schmuck war hier dann als normalin spurt kannst du holen scheiß drauf ja wenn da mal rein ne wie sonne ich werde natürlich davor komm rein na klar boah ey warte warte noch nichts mach noch nicht zu mach noch nicht zu so lass mich halten und lass mich vorher medikit nehmen heil dich ne du brauchst dich nicht heilen ne wer schubst mich da eigentlich eben einfach weg roll nicht rum ich war es nicht ich schwör gerade hab ich auf den boomer geschossen hab du arsch hast mich weggeschossen ach ich war das nicht nö